Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nochmal. Und wenn ihr wieder geht und uns wieder füllen, darf ich vielleicht mit euch gehen hinein, 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 hinein. Ich bleib hier nur zu Hause, ich bleib hier nur mehr nah, ja, 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 ja. Komm, Samichlaus, sitz doch ab und nehm einen heißen Putsch. Bleib noch eine Minute, bleib noch ein paar, erzähl, was machst du der Rest vom Jahr? Im Januar, im Januar muss ich eine Pause haben. Im Februar, im Februar wird alles sauber geputzt. Im Juli, im Juli schmilt sich alle schuppe Sachen. Im Juli heisst Backen, Backen und Backen. Im August wird alles bunt verzieht. Im September, im September trechne ich Früchte im warmen Wind. Im Oktober, im Oktober sammle ich Nüss in grossen Sackhaus. Ich bin stock ab und nehm einen heißen Putsch. Bleib noch eine Minute, bleib noch ein paar, erzähl, was machst du der Rest vom Jahr? Im Juli, im Juli, im Juli, im Juli, im Juli. Ich würde mir das Freunden beibringen und zeigen, wie es geht. Aber ich brauche euch für das. Ihr werdet meine Schlagzeuge und müsst immer machen Duff, 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 Duff. Du Samy Klaus, sag ist das wahr, dass du allein wohnst das ganze Jahr? Ich finde es ohne ... Wir würden für dich kochen, beten, putzen, waschen, saugen, glätten. Wir würden helfen, Gutschen backen, Schokolade schmelzen, Säcke machen. Noch zwei Bäume haben wir viele zuhause. Nur Mandarindli wachsen keine Duff, 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 Duff. Haben wir einen Gurt? Nein! Ihr macht nichts, ihr klingt einfach so anseitend rein. Ist am Gurt, er wachst und wachst und will nicht fort. Und wenn man nicht fort will, ist man wässig, so. Und dann sing ich, wer ist das Männli, sag wer kennt's? Und ihr? Wer ist das Männli, sag wer kennt's? Das ist Männli, sag wer kennt's? Genau, so ist perfekt. Ihr wisst auch alles, oder? Jetzt habe ich aber etwas, was ihr vielleicht noch nicht gewusst will. Die kleine Frau, sie hat eine warme Kappe auch. Die eine Hand winkt, die andere ist am Gurt. Sie wachst und wachst und will auch nicht fort. Und ist auch wässig, so. Ist das Frau, ich sag wer kennt's? Ja, die steckt doch nicht in die Hand. Gut, in der Zwischenzeit ist er fertig gebacken, dann können wir ihn rausnehmen. Ich habe den Backofen hier oben, ihr auch? Ja. Alles moderne Häusern, gut. Und wenn er endlich durch ist, träg ich ihn ... Achtung! Jetzt hätte ich mir fast die Finger verbrennt. Als Musiker ist das schlecht. Ich hätte mir zuerst die Handschuhe anlegen. Träge ich ihn auf den Küchentisch. Die Handschuhe abziehen. Streich Anken und viel Confit drauf. Sie haben doch viel drauf. Das sind Vitamine, das sind Früchte. Da muss man immer viel Confit nehmen. Das ist gesund. Und ich esse gerade ... Der ganze Mann auf. Wer ist das Männchen? Sag wer kennt's? Das ist dann der Vitamine. Wer ist das Männchen? Sag wer kennt's? Das ist dann der Vitamine. Das ist dann der Vitamine. Wollen wir sie auch rausnehmen? Hast du nicht gehört, Natella? Willst du Honig? Also, er will Honig. Aprikosen-Gonfit. Also, ihr könnt drauf drauf, was ihr wollt. Ketchup, Mayonnaise, Sampi, Schmiedli. Frau Grietli Benz. Wer ist das Fraueli? Sag wer kennt's? Das ist jetzt Frau Grietli Benz. Genau. Jetzt singen wir das ganze Lied. Jetzt haben wir es geübt. Sind wir in der Parade in der Teigklümpen? Ja, ihr seid jetzt ... So, dann muss ich euch noch gleich nett. In uns im Ofen liegt ein kleiner Mann. Er hätte warm wie Kappenach. Die eine Hand winkt, die andere ist am Gurt. Er wächst und wächst. Wer ist das Männchen? Sag wer kennt's? Wer ist das Männchen? Sag wer kennt's? Wer ist das Männchen? Sag wer kennt's? Das ist dann Frau Grietli Benz. Jetzt noch die Frau, oder? Ja, ihr seid im Ofen liegt eine kleine Frau. Sie hätte warm wie Kappenach. Wir nicht mehr laut. Die eine Hand winkt, die andere ist am Gurt. Sie wächst und wächst und wohnt nicht fort. Wer ist das Fraueli? Sag wer kennt's? Ja, wer ist das Fraueli? Sag wer kennt's? Das ist, denkt Frau Grietli, wenn es ... Nehmen Sie raus, rein, raus! Und wenn er endlich nur ein ist, dann gehe ich auf der Küche im Tisch. Ein bisschen Hanken und viel Comfie drauf, und esse gerade ganz mal auf. Wer ist das Männli, sag mir, wenn es ... Wer ist das Männli, wenn es ... Ja, wer ist das Männli, sag mir, wenn es ... Was ist das Männli, sag mir, wenn es ... Und wenn sie endlich durch ist, dann gehe ich sie auf der Küche im Tisch. Ein bisschen Hanken und viel Comfie drauf, und esse gerade wie eine ganz Frau. Wer ist das Männli, sag mir, wenn es ... Was ist das Männli, sag mir, wenn es ... Was ist das Männli, sag mir, wenn es ... Männli, Marni, Marnoni, Marnoni ... Hät ihr noch ein bisschen Hunger? Männli, Marni, Marnoni ... Die erkaltet mir immer, wie die Toi ... Er schnitt am Schlitz und dann kommt Hitz ... Marnini, Marnoni, Marnoni ... Weisst du, wie es schnell geht? Sind sie echt schon bereit oder noch nicht? Er erzählt es mir, wie es mit dem Schellen geht. Marine, 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 Marine. Sie sind bereit. Marine, 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 Marine. Marine, Marine, Marine. Jetzt hab ich mein Pack und jetzt geh ich. Sie sind heisst, ich weiss, und ich bleich heisst. Marine, 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 Marine. Marine, 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 Marine. Hallo Bappkut. Aber der feinste Luft ist Weihnachts gut wie Luft. Der Russisch ist alles wie Eis. Der Leben macht alles wie Eis. Doch aus der Küche schmeckt es jetzt gerade wie aus dem Paradies. Ziemenschnell an die Welt, mein Land wie ein. Dir kann uns nicht nur immer und trinkt uns wie Lisanne. Leckerli, lieberli, Träbeli und mir. Toten Weinli, Pfeffernis wie Puderzuckerstich. Es schmeckt zwar nicht mehr gut, wenn jemand machen tut. Aber der feinste Luft ist wie nachts gut die Luft. Was mir am Besten kalt. Ziemenschnell an die Welt, mein Enderli an. Dir kann uns mit Pfeffernis wie Eis. Leckerli, lieberli, Träbeli und mir. Und der feinste Luft ist wie Pfeffernis wie Puderzuckerstich. Lachen wir es noch mal hier, ohne mich. Ich wüsste mich. Ich wüsste mich. Ich wüsste mich. Ich wüsste mich. Und der feinste Luft ist wie Pfeffernis wie Pfeffernis. Und der feinste Luft ist wie Pfeffernis wie Pfeffernis. Das neue soll nun anfangen. Keiner weiß, was es bringt. Ja, das Alte ist der Vergangen, wie Musik tiefe klingt, und das Neue soll nun das Neue sein, und das Neue soll das Wasser sein. Wir wünschen euch froh, die Lust des Neuen Zügen, eine glückliche Zeit von allen Menschen Frieden. Und dass Gott die Welt noch lange erhält. Und dass Gott die Welt noch lange erhält. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gutes Neujahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und das alles noch viel schöner als es war. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gutes Neujahr.